Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hier ist einfach ein Dorf. Leute, ich werde hier überleben. Hier ist noch Heu. Und für Getreide, für Brot. Aber wie konnte ich das bitte nicht sehen? Wie konnte ich das bitte nicht sehen, dass hier ein scheiß Dorf ist? Alter Schwede. Eine Menge Brot, Karten. Und ein Kompass. Was ist das hier? Ein Tartentisch, ja, klar. Warum auch nicht, ne? Sorry, Mr. Dorfbewohner. Wie seht ihr denn aus? Das sind fucking Fische, guck dich das hier mal an. Was seid ihr denn für Viecher? Alter. Junge. Was seid ihr denn? Das ist auch ein Eisenboden. Aber hier ist Keramik, alter. Steinziegel, Blumentopf, alter Schwede. Nehme ich alles, wenn ich ziehe euch ab. Was auch immer das sein mag. Ich nehme es einfach mit. Keramik, alter. Das ist wichtig für mein Haus. Das ist einfach ein Dorf. Mit Fischen als Dorfbewohnern. Stabil. Und ich blind euch einfach. Tut mir ein bisschen leid. Aber ein bisschen. Ich muss einfach nur über den Berg gehen. Und es ist hier ein Dorf. What the freak? Okay. Damals, ich will euch blindern. Sorry, ich will nicht stören. Hier ist noch eine Kiste. Alter. Ein Sattel. GG. Und so viel Heu. Alter. Das Überleben hier ist gesichert. Ich bin gerettet. Aber was seid ihr? Was sollt ihr darstellen? Real Talk. Was sollt ihr darstellen? Alter, das wollte ich nicht. Ich stehe auf. Ich nehme mir einfach alle Samen mit. Ich finde keinen anderen. Oh, sorry, 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 sorry. Ich wollte nicht stören. Ich wollte nicht stören. Sorry, sorry, sorry. Yo. Hier ist einfach ein... Fuck, man. Ich wollte wieder... Ich habe fast wieder das kleine... Baby... Schwein getötet. Ich will euch nicht stören. Und ihr tut mir nichts. Oh! Alter. Alter, oben ist auch eine Hütte. Da gehe ich hoch. Und das ist ein Creeper. Oh nee. Lama. Lama. Aha. Viele Lamas. Und... Fuckin... Zombie. Aua. Was soll denn was? Ja. Alter, ich will... Ich will einen Lama haben. Moin. Alter. Hier ist ja nichts mehr. Warum sehe ich das denn nicht, dass hier ein Dorf ist? Aber warte mal, wenn hier Lamas sind, müssen wir nicht hier auch irgendwo, äh... So ein... Dings da sein? Wisst ihr, was ich meine? Diese reisenden Händler. Die manchmal einfach random unsichtbar sind. Ja, komm her. Ich bin dumm. Hier oben ist ein Ordenhaus. Mal gucken, was hier drin ist. Oh, Kessel. Oh, ich lege. Alter, ich... Schnell einfach hochzugucken. Alter, war das so knapp. Oh, die shit. Schnell einfach mal hochzugucken. Weil ich hier jetzt in der letzten Folge schon richtig heutzutage gelaufen bin. Schnell einfach hochzugucken. Läuft zum vorbei, es gibt nicht. Einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Einfach durch. Ich habe so viel Zeug, wenn ich jetzt sterbe, ich raste aus. Wo muss ich nochmal hin? Scheiße. Ich bin nicht voll. Ich muss was essen. Wo ist meine Base? Lauf ich überhaupt richtig? Wo muss ich denn hin? Dann war das hier vorne links. Das ist ja richtig. Oh, Creeper. I fucking did it. Oh, die Moni. Erstmal alles wegpacken. Alter, was hab ich hier alles bekommen? Ja gut, Leute. Dann... ...wür ich einfach mal sagen, soll es gewesen sein mit der vierten Folge von Minecraft Survivalists, dass ich ein Dorf gefunden habe. Komplett unwahrscheinlich. Aber geil. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schaut in die Videobeschreibung vorbei. Da sind Lukas, Relief und Nils verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.